hallo und herzlich willkommen zur folge 3 von let's play train fever dem nordic ds hier muss ich jetzt ein bisschen reinkommen das letzte mal ein livestream wir sind ja im jahr 1872 haben noch fertig rutschen haben hier einen großen bahnhof gebaut sind gut im plus haben wir einen darlehen noch für einen 2.5 ich habe einen darlehen von null so wo ist denn das darlehen 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 die sind einnahmen baukostenabrechnungen zinsen aber das sind wahrscheinlich die zinsen minus 25 aber somit haben wir die schon mal weg schönes wasser also sehr realistisch muss ich ehrlich sagen das wasser ist meines achtens nach das realistischste an diesen spiel also von von der textur her also nicht von ich will jetzt nichts sagen dass die ganzen zug modelle ja nicht so realistisch sind das will ja hier niemand sagen so was haben wir das sind ja alle fernen das hier das ist die linie die linie machen schonmal alle plus was was haben wir gerade die falsche linie erwischt lebensdauer sind erreicht hier ist die lebensdauer erreicht wir haben wir aber wir haben wir und hier 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 Das interessiert Das interessiert mich an Der Bahnhof Wir haben jetzt hier noch nicht so die starken Geschosse Was haben wir denn hier für eine Zeit? Zehn Minuten Zehn Minuten Zehn Minuten Was ist das hier? Bad Bramstedt So Ein bisschen leiser Kümmern wir uns mal hier ein bisschen um Nahverkehr Dann machen wir wenigstens was sinnvolles Wenn wir schon mal diese Schönen haben So Landnutzung Mal gucken wo wir den Bahnhof hinsetzen Am besten hier hin Eins, zwei, drei Drei, vier Vier oder drei Machen wir mal ein Vierer So So Perfekte Und jetzt Setze ich den Sträußen Haben wir einmal die Sträuße hier Die lassen wir verbinden So läuft der Hase So läuft der Hase Und so Und so 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 Wir haben ein paar kleine Nebenstraßen Kommen wir So 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 was im blick noch nicht raus inzwischen nochmal so hier passt auch noch was zwischen blick 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 Das war's. So, wird schon wieder neu gebaut, aber wir tun jetzt erstmal hier Haltestellen in Pflanzen, und zwar gehen wir da einmal hier lang, und da, und da, und da. Genau. Hier ist erstmal Haltestellen. Jawohl, gerade noch niemand. Moment. Zwei Linien, das müsste doch erstmal langen, oder? Neue Linie. Ne. Die machen wir woanders. Hier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hätten wir gleich die zweite mit aufbringen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann, den wir einfach. Bus Bad Bramstedt, oder? Alles ist nicht so? Ich glaube ich. Bad Bramstedt, ja. Gucken wir einfach ein bisschen mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf die und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf die 2, nicht mehr mehr gucken. Gucken. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Wie fährt der, der fährt hier den Hauptbahnhof an? Ich glaube, ich wollte hier auch einen Zug hinsetzen. Da ist ein Bus, ach so. Da kämpft der gerade. Ach, das war die Sache. Ne, irgendwo ein Zug-Depot. Hier haben wir eins. Das wäre erstmal eine neue Linie, ne? Neue Linie. Das wäre dann von hier. Da. Das ist der... RE. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt hier heißt. Fahrkirchen. Hätte ich mir auch gerade denken können. Doppel R. 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 Fahrkirchen. Ach. Fern. Wart. Ei. Big. War sein schön. Ei. Big. Was hat Eibling. Ei. Ling. Na istar, jetzt egal. jumped. Fünfzigkammer, ab was war das? 니 mal die Kerle, die Sho getrennet. 90 90 wagen sind die vorhandenen wagen personen machen 5 und 8 70 kanier 1 2 3 4 5 6 7 8 er nicht 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 5 4 5 Das können wir dann hier so rüber, hier, da können wir dann Die war Die war Ja ist ja Linie 1 die wollte ich doch gerade ändern Linie 1 ja hat er passt auf Bad Eiblingen Pass auf! Bart, Eibling. Ne, das passt nicht hin. Eib... Na. Oh, Eibling. Das passt schon so. Da hinten kommt er zu. In einer anderen Richtung. Hmm. Und jetzt kommt der dort hinten auch. Komm mal so circa so gleich in den Bahnhof ein. So ziemlich, ne? So. So. So, ich hab's rumgefahren. Mal kurz das Fotoshooting. Ist das der Magdermann? Ist das der Magdermann? Da schaust du komisch. Da guckst du aus der Wäsche. Da guckst du aus. 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 Ah, da ist der Bus noch mit dran. Achso. Wie ist eigentlich der Bus mit dran? Nehmt sich hier. So, hier. Ne, ne? Die laufen noch alle. Oh, wie sie alle laufen. Ha? Fußspuren? Ha? Fußspuren? Ha? Fußspuren? Ha? 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 Ay, 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 ay. Ah, hier hinten. Ach, hier hinten. Da wurde jetzt noch freie Wege. Ja. Hm? Ja. 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 Orient-Leistwechsel. Neee! WTF? WTF? Upsala! Das wollte ich abreißen. So soll das sein. Das Gründen des Hungers. Das muss ich dann mal kurz das Let's Play beenden. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Train Fever. Den Nordic DS 7? Hier steht rot. Weil hier hinten... Was? 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 Das nächste Mal... Das Problem im Griff. Und sage... Tschüss. Ciao. Euer Satriassus. Zumindest... Das Mal den Fernsehen. Die Lüge.